Papa! Schon ein bisschen aufgerastet hier. Das sind nicht die Einzigen, aber auch noch Deutsche. Ja, auf jeden Fall schon mehr geballert, ein bisschen. Ja, ein paar Paketen, sprich Müll. Ja, danach wird natürlich so gut wie es geht eng gesammelt. Also, der Tag wird noch lange so, wenn ich das hier sehe. Jetzt natürlich schon alles gut. Kann ich auch noch. Naja, wird halt noch ein bisschen schöner. Ja. 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 Meinst du? Ja. Boah! Go, dann go. So. Check, check, check! Was haben wir hier Schönes? Die Aidos und die Asocas. Schauen wir mal an, was die zu bieten haben. Wo kam das hier? Ja. Boah, dann! Frau Kölner! Frau Kölner! Frau Kölner! Jetzt hören wir mal ein paar Dämmen rumverkehren. Wir müssen jetzt wieder ein Box hier. Ja, alles. Finde. 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 Da haben wir noch zwei Rebetten, naja mal gucken wie sie werden Alter, das ist mein Bestes, Kistenbau, 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 alles Müll So und zum Ende, das Tagfeuerwerk Der Tagfeuerwerk Perfekt geworfen auf die Portschritte. Alter, Alter! Warte, warte, warte! Boah, Alter! Denker bist du! Geht los? Ja. Ah, hier war heiß! Cybercaller Thunder! Oh, Alter! W-Ticket wieder unten los! Geil, Mann! Okay, Hysteria mit Blitzrums 100. Und dann preheat nochetr previously. Ja man! Geil! 1.4200 Junge! Wir sind hier auf dem Feld. 1.4200 Junge! Geil! Fett! Fett! 1.5200 Junge! Wuhu! Alter! Fett! 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 Ja! Fett! 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 Fett!